An warmen Sonntag erledige ich meine Einkäufe in lüftigen Kleidung, damit ich bei diesem gestiegenen Preis innerlich nicht heiß laufe. Mittlerweile ist Einkaufen eine richtige Arbeit geworden. Wir haben einen Zwiebel. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Dann gehen wir nach vorne zur Mozzarella und zur Kiri. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.